Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich ein Video zu den 2026 ablaufenden Secure Boot Zertifikaten gemacht. Darin habe ich gezeigt, wie ihr prüfen könnt, ob bei euch bereits die neuen Zertifikate installiert sind, also ob euer System 2026 ready ist. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch im Infobereich. Heute geht es um ein paar aktuelle Ergänzungen zu diesem Thema. Also gut, legen wir los. Der Ablauf der Zertifikate erfolgt in zwei Schritten. KEK CA 2011 und UEFI CA 2011 laufen im Juni 2026 ab. PCA 2011 erst im Oktober 2026. Wenn im BIOS eures PCs noch diese 2011 Zertifikate auftauchen, dann muss gehandelt werden. Sind dagegen schon die neuen mit der Jahreszahl 2023 vorhanden, ist in der Regel alles im grünen Bereich. Um das zu prüfen, müsst ihr nicht zwingend ins BIOS. Das geht auch mit den PowerShell-Befehlen aus dem letzten Video. Wenn die Zertifikate im BIOS aktuell sind, ist meist auch Windows auf dem neuesten Stand. Wichtig ist, dass Secure Boot aktiviert ist, damit Windows entsprechende Updates vornimmt. Hier wird's etwas technischer. Grundsätzlich ist es möglich, dass die neuen Zertifikate über ein sogenanntes Firmware Variable Update per UEFI Runtime Services eingespielt werden. Also direkt durch Microsoft bzw. über Windows Update. Dabei werden über die UEFI Schnittstelle, UEFI Runtime Services, Variablen wie der Platform Key, der Key Exchange Key, die Allow List für gültige Bootloader und die Deny List automatisch beschrieben oder ersetzt. Solche Änderungen dürfen normalerweise nur die Firmware selbst oder signierte OEM-Updates durchführen. Ob euer System diese Methode überhaupt unterstützt, könnt ihr mit einem einfachen PowerShell-Befehl prüfen. Das Ergebnis sollte so aussehen. Dann ist euer System grundsätzlich in der Lage, Zertifikate automatisch zu übernehmen. Das ist allerdings keine Garantie, dass es auch passiert. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Secure Boot aktiviert ist. Außerdem dürfen keine Windows-Update-Vorgänge blockiert werden. Stichwort Gruppenrichtlinien. Und es sollten Diagnosedaten aktiviert sein, mindestens Basis, damit Windows Update diese Änderungen anstoßen kann. Bei OEM-Laptops, z.B. Dell, HP oder Lenovo, kommt der Support meist über Firmware-Update-Tools des Herstellers, also nicht zwingend als klassisches BIOS-Update. Kurz zusammengefasst, euer System muss nicht zwingend nur wegen der Zertifikate ein BIOS-Update bekommen. Windows kann die neuen Einträge automatisch in die Secure Boot-Variablen schreiben. Wenn Secure Boot aktiviert ist, Windows-Updates regelmäßig laufen, Diagnosedaten gesendet werden und keine Richtlinien oder Registry-Einträge den Vorgang blockieren. Ob Gruppenrichtlinien aktiv sind, könnt ihr im Gruppenrichtlinien-Editor nachsehen. Dazu habe ich ebenfalls ein Video verlinkt. Wenn euer Mainboard-Hersteller ein BIOS-Update ausdrücklich mit Hinweis auf die Zertifikate veröffentlicht hat, solltet ihr dieses Update manuell installieren. Ein Beispiel, ASRock, hat Mitte Oktober für viele B550-Boards neue Versionen bereitgestellt, die genau dieses Thema behandeln. Das seht ihr hier. Viele sogenannte System-Tuner greifen tief ins System ein und können dabei wichtige Windows-Funktionen deaktivieren oder sogar beschädigen. Meine Empfehlung, vermeidet solche Tools oder stellt sicher, dass diese vor Änderungen die Original-Einstellungen sichern, bevor ihr per Ein-Klick-Lösung euer System vermeintlich tunet. Wenn ihr die Laufwerksverschlüsselung BitLocker verwendet, dann sichert unbedingt den Wiederherstellungsschlüssel. Alle Änderungen, die im Zusammenhang mit den Zertifikaten stehen, insbesondere ein BIOS-Update, können dazu führen, dass BitLocker beim nächsten Start den Wiederherstellungsschlüssel verlangt. Habt ihr diesen nicht zur Hand, dann war's das. Der Zugriff auf das System ist dann dauerhaft gesperrt. Meine Empfehlung, lasst Secure Boot aktiviert, blockiert keine Windows-Updates und überprüft gelegentlich beim Hersteller, ob ein BIOS-Update verfügbar ist. Falls sich bis Mitte 2026 nichts tut, keine Panik, dann bleibt als Notlösung immer noch, Secure Boot zu deaktivieren. Aber jetzt schon hektisch zu experimentieren, bringt nichts. Geduld ist hier der beste Ansatz. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Update etwas mehr Klarheit verschaffen. Lasst gerne einen Kommentar da und für alle Linux-Nutzer, ja, das betrifft euch ebenfalls. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.